Komm in unsere Mitte, o Herr. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Lass uns spüren, dass du bei uns bist. Deine Liebe schenkt uns täglich neu. Komm in unsere Mitte, o Herr. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Lass uns spüren, dass du bei uns bist. Gib uns deinen Frieden jeden Tag. Jesus, du bist jetzt in unserer Mitte. Als Zeichen dafür steht die Kirche hier. Jesus, du bist das Licht der Welt. Du schenkst uns Licht, du schenkst uns Wärme. Danke, dass du da bist. Amen. Durch die Taufe bin ich Gottes Kind. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin ein Freund Jesu. Ich freue mich darauf, dass Jesus bald auch in der Heiligen Kommission zu mir kommt. Durch die Taufe bin ich ein Teil der Kirche. Die Kirche ist wie eine Familie. Wie Jesus dürfen wir zu Gott sagen, unser Vater im Himmel. Das Weihwasser beim Eingang der Kirche erinnert mich daran, ich bin getauft. Ich bin Gottes Kind. Guter Gott, durch die Taufe bin ich dein Kind. Ich gehöre zu dir. Du sorgst für mich. Du schenkst mir Leben. Du schenkst mir Licht. Guter Gott, hilf mir in deinem Licht zu leben. Amen. Guter Gott, hilf mir in deinem Licht. 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 Musik 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 Wir hohen, wir hohen, wir hohen.